Einige Jahre zuvor. Wir sind scheinbar ziemlich hoch. Äh. Freut mich, dass sie dir gefallen. Cool. Ich wollte schon immer meine Wand langlaufen. Komm, vielleicht brauchst du einfach eine etwas zählere Bezeichnung, Yigi. Wie wär's mit Neutralisierungseinheit und freundlicher Person? Auf zu schubsen, Raul. Ach, ich doch gar nicht. Aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Ach, komm, ey. Wo häng ich denn? Ja. Warum rufst du dich einfach da runter und gibst Bescheid, dass wir kommen? Ja, warum denn nicht, ne? Uh, an die sind. Müssen wir hier auf Widerstand schlossen. Okay, na los. Dann haben wir die Mission ab, Mann. Unser kleiner Traumfänger empfängt jetzt ganz riesige Schwingungen. Aber es sieht irgendwie geil aus. Also. Das hat schon Stil hier. Ach, Scheiße. Ah. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Bam. Headshots. Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Dann müssen wir weg. Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey. Verflucht, Mann. Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen. Was machst du da? Was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Nobepa Reporter und saß gerade in einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. Ja. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an? Du dämliches Stück Scheiße! Mann, ist der unfreundlich. Beantworte mir eine Frage. Diese Leute. Haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch nicht dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konfederationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja! Ich habe gelogen! Ach, ja. Wen haben wir getötet? Novak! ...hätte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so wenig liebt, dass ihr ohne zu fragen euer jämmerlichen Madenleben opfert werdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören, oder ihr seid dran? Ich mach dich kalt! Hey Mann, was für'n Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spekte und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ihr glaubt nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Ja. Mal schauen, ne? Oh mein Gott! Hey, hey, hey! Alles okay! Okay, wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Ishi, bleib bei der Kleinen! Genau, Ishi, tu das mal rein! Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donter! Oh mein Gott! Ah, komm! Ah, was macht der Penner da? In your peace! Äh, ja. Oh, vollidiot! Röten, röten! Ich kann mich in der Mitte zerreden. Äh. Ishi Sato, wo ich herkomme, bist du eine Legende. Dich zu töten macht mich berühmt. Ishi! Laufkleine! Ja, was die, was das Mädchen ist damit zu tun hat, hab ich auch keine Ahnung, aber vielleicht werden wir ja noch... Bring dein Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Okay, komm schon. Ah, nach dem Abschluss. Wir auf! Ishi Gott am Marsch! Ist die schon tot? Nimm endlich den Kopf aus Marsch! Ich brauche hier deine Hilfe! Was haben die hier eigentlich... für... geile... äh... ja. Mein Gott. Ishi. Ishi! Wie kann der noch leben, ey? Guckt euch doch den Kopf mal an! Und... Alter! Wieso... Wie lebt der noch? Toll! Ich bin der Captain und hier... Für mich geht das Ding nicht auf, oder wat? Mach hin, Junge! Wir haben den ganzen Tag Zeit! Und wir fahren schon wieder in... Warum fahren wir eigentlich... nur noch an einem Tag! Fuck eben mal in den gleichen Stock! Wie geht dein scheiß mit Arsch, du Arsch! Wurensohn! Penner! Ne, ne, mach mir nicht! Ne, ne, mach mir nicht! Es ist noch eine Chance geht, ihn zu retten! Trete! Ey! Wenn er doch denkt, dass er was tun kann! Du musst das wieder hinkriegen, Doc! Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cyber-Transplantationen durchgeführt! Da muss es doch! Kann ich noch Gliedmaßen ersetzen, aber... zieh dir doch an, Ray! Die Hälfte seines Körpers ist zerschmettert! Versuch es zumindest! Er würde das gleiche auch für uns tun! Vielleicht... Vielleicht könnte ich ja! Aber für die Bierschweißung bräuchte ich eine geladene Fusionszelle! Na, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc! Gottverdammt! Der muss auch einen anderen Weg geben! Die Fluchtkapsel der Ulysses, ein paar von ihnen sind runtergekommen! Die nutzen Energiezellen für den Antrieb! Na, das trifft sich doch sehr gut! Geh, komm! Halt ihn am Leben! Ich bin gleich zurück! Wo lang? Äh... Wo denn lang? Genau! Sehr lang! Ganz ehrlich, Häuptling! Das war echt ne Scheißidee! Ich weiß, ich hab uns das alles eingebracht! Warum bin ich nah und... Dieses beschissenlaute... Verfluchte Scheiße! Ja! Butcher auf der Seite! Oh! Oh! Du bist echt meine persönliche harte Pfote, Boss! Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee aus dem Arsch! Mann, die haben geile Sprüche drauf! Ne, falsch! Zum Gott sei Dank wird's bereit gelaufen! Mann! Hö, wo? Da! Ja! Komm! Ah, hä, okay! Was war das denn? Überall! Stürf! Alter! Was war das denn? Ich hab halt Geschmack! Mann, aber hier kann... Sie haben viel zu geile Sprüche hier drauf! Da muss man selber gar nichts sagen! Äh! Alter! Alter! Mann, bist du hässlich! Wir hatten Probleme mit ein paar einheimischen Wilden, Doc! Wir killen sie schon so schnell wie's geht! Ja! Schneller Arschloch! Bring den Job zu Ende! Ey, halt die Fresse! Nämlich nicht Arschloch, ne? Da! Da ist so Teufel! Was ist denn Pisswichsel? Die Juli Schieße! Wir haben den Bastard mit runter geholt! Voll! Da fühlt sich Eiji bestimmt gleich viel besser! Mach deinen Job! Leg sie um und zwar schnell! Alter! Ich sehe! Komm, Marcel! Mal ein bisschen hier... Munition! Hat jemand noch... Waffen! Schön! Äh, ja!